Ja, dank der Verkehrsfeld. Ja, fahren wir noch mal rein. Das ist der Freistaat. Hoffentlich ist alles ordentlich hier. Vorbild nicht. Hier mit Reikäuser fängt es ja schon an, dass es bestimmt da ist. Und das kann ja nicht mal anders sein. Bestreiten sich bestimmt. Aber für uns ist das jedenfalls so. Da gucken wir mal fest, dass das nichts passiert. Aber für uns ist das so. Das ist dann die Nogierkunde. Und dann halt die Zeitpunkt. Das ist dann noch hier. Und dann hier ist es halt. Drei, die fragt... Da ist der Lugend. Ach, da ist der Lugend. Da ist der Lugend. Nein, danke, nur da ist der Lugend. Und da ist der Lugend. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch, ich weiß nicht. Wo geht's mit der Stadt bitte? Das war's abend, ja Was kommt hier in der HDL? Die großen Staunen geht raus so, schon ein bisschen Rettpunkt hier super smart alles wir kommen dann erstmal nach Fahrdampf oh, schon ein bisschen rausfahren so, schon ein bisschen raus auf der rähne da kommen wir schon nicht komisch vor hier die Bremse noch ein bisschen besser Ich fahr einfach hier so tonig, dass es mir jetzt überall natürlich in Stadtmusee meine Ladung und Land hier Magenplatzmannhaus Ja, geschafft! Ja Oh Magenplatz, nix auf Jetzt hat man gerade hergestellt Und wir alle haben nur Gäste schon Und sonst woher Das haben wir gesehen Das ist doch gut so Das soll so bleiben Ja Nur Gäste Finden wir nicht woher Aber das müsst ihr selber wissen Leute Ich krieg ja auch eine Bewertung Man kann immer in der Kursstadt oder in der Touristenort Krieg eine Bewertung Auf der nach oben hin Auf der Verkommenheitsskala Und dann werde ich die Bewertung abgeben Am Ende dieses Filmes So, hier ist aber der Esprade-Wackplatz Die erste Steigung hat mich ja geärgert Dass es da so steil ist und nicht mit der Kupplung zu doll arbeiten muss Es gibt ja erstmal schon einen Minuspunkt Hätte man eine Treppe einbauen müssen Oder eine Fischtreppe oder einen kleinen Laufen müssen Ja Bei mir habe ich nämlich einen Spezialbuch und der macht das denn Danke 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 So. Ah, das haben wir schon hier auch. Dann lass uns mal hier rein. Oh, das seht ihr auch mal der Hand. Da ist eine Fußgängerzunge. Kann ich aber nicht durch. Freiklicks. Dann fahren wir einmal rum hier. Und dann sehen wir alles. Alpha 050. Ah, lass ich da mal reinfahren. Oh, guck mal. Guck mal hier wieder hoch oder da die Einbahnstraße. Kann ich aber auch hier runterfahren. Lassen wir hier. Das ist schon ganz schnell. Eigentlich. Guck mal. Das ist ja auf dem Meer. Ja, der ist. Smed heißt das. Smed heißt das einfach so. Oh, das ist Smed. Ja. Dann fahren wir. Längst. Lass mal runterfahren. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, runter. Ich werde jetzt einfach mal geboren. Längst. Ja. Ja, also. Personalfunktion hier. Interessant. Die kann ich natürlich nicht hoch. Und gar nicht runter. Dann fahren wir so wieder zurück. So. Können aber auch jetzt noch mal gucken. Da rein gucken. Dann machen wir das so. Dann wieder so eine Scheiße. Steigung hier. Fett war's. Wieder hochgehen. So. Unter der Frauenstraße. Das ist ein Fernverkehrsort. Können wir auch gleich sagen. Der hört sich gegen hier. Oh, ein bisschen fach, muss man auch sagen. Ja. Ja. Und hier kann. Und hier kann. Wollen wir warten wahrscheinlich. An dem WC ist alles okay. Kann der ist, ey. Ja. Dann wollen wir. Rechtsrum. So. Warten wir halt. Wir wollen uns halt im Vorlass. Danke sehr. Homberg und FC. Hup. Richtung. Hup. 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 Erstmal hier längst. Hup. Dann stehen wir in erster Reihe hinten. Hup. Ja. Gleich geht's weiter. Mal gucken hier. Einfach mal gucken. So rein zufällig. Bad Herzfeld. Urlaub City. Los geht's. Oh, komm hier mal. Einfach machen können. Oh, wer ist noch in der Pärsweg gesehen? Ja. Das muss hier stark. Ja. Ja. Hier sind wir die Baublinge. Und wir sind gefragt. Hier in die andere Richtung. Ja. Dann fahren wir links. So, geht weiter. Ja. Ja. Es ist schwierig, aber ich denke, das ist aber gut. So, die Tankstelle. Wie teuer ist das denn? Ich werde mal tanken einfach. Scheißegal. Ja. 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 So, mal gucken. Ist ja Tourismus stark hier. Ist ja klar. Mal Pause. Geht. Ja. 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 Ach. Elas ist gut. Ja. Ja. Ja, ja. Die alten fale... Die alten are... Ja, ja. Ja. ... Ja. Die alten sind... Ja, da muss ich mir noch überlegen, wenn wir bei der S-Fälle, wie wir auf der da oben aufstellen, dann kommt ein Starlight. Der S-Fälle geht, glaube ich. Der S-Fälle ist eine 7. Ja, nicht verkocht. Für eine Großstadt passt da einiges nicht. Aber das ist gut selber. Ich komme noch wieder hier, aber da muss ich besser sein. Ich kann jetzt nichts mehr machen, weil hier ist Fälle. Wir haben uns in der Gegend. Bad Roll ist nur hier. Das ist ja noch schlecht. Ja, also hier geht es im Prinzip auf. Wir können ja schieben so eine Gucke nicht. Ein 10, 20 Meter schlecht ist. Wäre geiles. Die 6,9. Die 6,9. Wir werden das letzte Mal verwendet. Die 6,9 bis 20 Meter.